1, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15. Wir sind jetzt hier 20 Minuten vor unserer Performance. Und zwar sind wir um die 50 Frauen, die jetzt gleich auf den Stützplatz gehen und tanzen werden, singen werden, rufen werden, was unsere Forderungen sind und das mit unterschiedlichsten Frauen hier aus Bedeutung. Wir sind hier, wir sind wir, wir sind stark, wir sind laut! Wie Antje Schumacker in ihrem Song sagt, wir müssen dünn sein, aber bitte nicht zu dünn. Wir sollen feminin sein und müssen unseren Mann stehen. Wir müssen uns anstrengen, aber bitte nicht zu anstrengend sein. Wir müssen Kinder kriegen, wir müssen Karriere machen, wir müssen zu Hause bleiben und dabei bitte immer schön lächeln. Wir sind es satt, wir müssen gar nichts. Bringt ihnen bei, dass Jungs Gefühle haben dürfen. Lasst sie weinen, lasst sie tanzen und sich um Puppen kümmern. Erzieht eure Sonne zu empathischen Männern. Durchbricht den Kreislauf der Gewalt. Wir fordern gleiche Löhne für gleich viel Arbeit, sowie die gesellschaftliche Aufwertung und gerechte Bezahlung in weiblich geprägten Berufen, die Pflege, Bildung und Erziehung. Keine Steine mehr, die uns steinigen. Keine Galgen mehr, die uns erhängen. Keine Tränen mehr hinter Gittern. Keine Schande. Keine Scham. 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 Untertitelung des ZDF, 2020